Okay, hallo Leute, hier sind wir wieder zurück bei, ähm, Let's Adventure in Minecraft. Ähm, im letzten Part sind wir hier ein bisschen rumgeflogen, hier so, und sind dann hier ins Wasser gejumpt. Und jetzt haben wir hier den ultimativen Parkour, den wir meistern müssen. Ähm, Moment, noch ein bisschen Musik, hab ich ganz vergessen. Ähm, so. Ja, ist drauf perfekt. Und ich fang jetzt nicht auch immer wieder von vorne an, ich, äh, sit. Ich fliege dann einfach zum letzten Board zurück. Und dann, ja. Das ist ein Checkpoint hier. Oh, ich hab mich nicht festgehalten. Und, oh, so. Ich hab noch immer. Ich muss nur damit jetzt durch, ja. Die Schütze haben. Die müssen die teuer. Ohah. Oh, oh, oh. Das war's. Sehr schön. Ähm, goldene Äpfel, nehmen wir mal mit. Kann man einfach drauf. Aber ich habe nur einen Okay Schafft Schalter So, perfekt Gar nicht mal so schlecht Aber nun Schwimmen Okay, und zwar Und Da man auf die Amante Und was steht denn hier? Ich habe noch ein Labyrinth für euch Wir wollen doch weiterkommen, oder? Dann such doch den Schlüssel Irgendwie ist das hier ein bisschen komisch Hier muss man einfach überlaufen Und Oh, man muss hier einfach Das schlusslos Und Diese Hutgabe War aber wirklich einfach Ach, das hat nur zwei Der Dämon Okay, machen wir auch mal den Feuerparkour Und Das Frühschiff gedrückt Das ist ja wirklich voll Jump drüber Oh, perfekt Ja, ist klar Die andere Seite Oh Was ist da einfach Was ist da einfach Oh Und jetzt müssen wir hier noch Ein bisschen jump Das ist ja besonders gut Kann wir sich aber erreichen Willst Pust Das so reden kann In solchen Momenten wie Jetzt Aber ich habe das Heftchen Wo ich das notiert habe Gerade nicht hier Leider Haha, du brauchst einen Schlüssel Haha, ist er lustig Keine Oh, ich hätte es geschafft Ach, nicht Nochmal probieren Das mache ich alles extra Das ist ja keine Frage erst noch dorthin Joa Joa Junge geht das ne man muss braucht man zu dem Schlüssel dann kann man hier hoch und dann kommt man komm ich auch nicht hier irgendwie so oder wo was von die kacke ok ich glaube wir müssen erst das Labyrinth machen ok die Kiste ist hier irgendwo ich hab dich gesehen ja genau hier ok die Kiste zu hier gar nicht ok irgendwo hier muss doch die Kiste gewesen sein ne nicht so weit vorne ne nach Schößen n n Boa schon wieder 8 Minuten das das fast 8 Minuten das ging schon wieder extrem schnell hier ähm es hat mir einfach gerade kein solches Thema ein n n n n n ich würde gar nicht jemand nur n n n n n tro snake h nicht dann war das Ticket die wir hier aber ich glaube ihr müsst das woanders zu aber keine Kiste ich hätte noch jemand dann mal fragen wo die Kiste ist wir nicht mehr ein Feldsprung aber ich glaube ein Thema war ab wieso Computer keine so leute dass man auch freigspiel kann und damit Strom sparen kann zusammen ok Speichepoint so weit du kannst auf die andere Seite für höher das das wird ein Ding hier ein Klang, ja klar, wo sonst? Das Blättern ist jetzt eigentlich ganz einfach, seit man da drauf stehen kann und ich bin jetzt vom Thema abgekommen, das ist eigentlich mega schwer, sich auf ein Thema zu Oh Oh Okay, egal Gleich haben wir es wieder geschafft Heulige Scheiße, haha, wenn ich das hasse Aber eigentlich muss ich jetzt recht wenig cheaten, so habe ich das gesehen Naja, ein bisschen rumfliegen, aber kann Fliegen eine Sünde sein, oh Okay, nochmal von hier Okay, noch einmal, wenn es nicht geht, dann fliege ich So, na bitte, geht doch Und Da brauchen wir alles nicht, ne Wir sind harte Kerle Ich sehe, du hast es geschafft Da muss ich meinen Plan wohl ändern, du musst sterben Info, nimm dir ein Minecraft und Feuer weg Ich Ich Nein, das werde ich nicht Das werden wir noch sehen Hä? Mein Gott Wow Oh Hier haben wir jetzt, ich sag, gelassen Hier Hier, genau Hier ist noch MyCard Und hier haben wir Volldiaman und Brot und so Wo wir Brot eigentlich gar nicht brauchen Was war das denn? Naja, wir folgen mal weiter die Strecke hier Danke fürs Spielen in diesem Map Mein Newton-Name, Thressful Das war meine erste große Map in Minecraft Naja, groß Ich hoffe sie hat euch gefallen und war nicht zu schwer Schreibt mir in die Kommentare eure Punkte rein Zur Info Die Diamanten sind Punkte Wollt ihr noch eine Map, dann schreibt es in den Kommentaren Ah, very nice Okay Da das hier ja jetzt eigentlich fertig ist Ja Wir sind um Ende angelangt dieser Map Sie war sehr kurz Also sehr kurz, auch nicht Wir haben Wie lange haben wir gebraucht Etwa eine Ja, dreiviertel Stunde Sag ich jetzt mal Mit Cheaten Okay, eigentlich wäre es hier länger gewesen Das Labyrinth gemacht hätten Und alles drum und dran Aber ich wollte das jetzt nicht in die Länge ziehen Ähm Mir kämpft jetzt gerade so eine Idee Aber ich weiß nicht wie ihr das findet Wir haben ja jetzt schon so viele Diamanten Und hier haben wir goldene Äpfel Und Diamant-Rüstung und Schwert Ich weiß nicht wie ihr es jetzt finden würdet Wenn wir in dieser Map hier Let's Play starten würden Halt mit allem was wir gekriegt haben Mit den Diamanten, den goldenen Apple und so Und ich denke so hat noch niemand ein Let's Play gestartet Und ihr könnt ihr dann mal in die Kommentare schreiben wie ihr es findet Ich werde dann auch nicht mehr Tüten und die Monster anlassen Und ja Bitte schreibt mir in die Kommentare wie ihr das findet Und dann verabschiede ich mich mal Mit einem fröhlichen Tschüss